Okay. Ich weiß nicht, ob das alles so rüberkommt oder so. Und ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich wollte mich nur bei euch bedanken, dass ihr so großherzig seid. Damit habt ihr uns sehr geholfen. Ich weiß, dass ihr ganz besondere Menschen seid. Ich bin völlig, ich weiß, ich finde auch die richtigen Worte nicht so. Aber ich freue mich unendlich und sage ganz vielen herzlichen Dank für alles, was ihr tun, getan habt. Das ist wirklich eine riesige Freude. Und deshalb werden wir euch mit ganz vielen Bildern und alles zeigen, was für eine Freude das war. Und das habt ihr ganz toll gekriegt. Die Geheimdürfe und das waren Tage gewesen und waren so völlig unter Spannung gewesen. Ich weiß wirklich nicht, was ich nur sagen soll. Vielen, vielen, vielen Dank.